Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Gender Studies und Interkulturalitätsforschung. Theorien lesen mit Judith Butler, Diskursanalyse, Sprechakttheorie, Dekonstruktion. Die folgende Vorlesung ist eine Vorbereitung auf die zweite, nämlich die Vorlesung, in der ich dann Judith Butlers Performance-Theorie vorstelle. Heute möchte ich einen Einblick geben, welche Theorien, Denkmodelle dieser Performance-Theorie zugrunde liegen und damit auch mal einen Einblick geben in die Frage, wie, was überhaupt Theorie lesen meinen kann, am Beispiel der Performance-Theorie. Denn einerseits könnte man sagen, Judith Butlers Performance-Theorie gehört zu den modernen Varianten der Performance-Theorie. Wir haben ältere Theorien, die haben noch ein Objekt der Performance und den Akt der Performance voneinander unterschieden. Und dann gibt es neuere, wie Judith Butlers, die verneinen diese Unterscheidung und versuchen zu zeigen, dass die Performance selbst ein Objekt und zwar immer wieder von Neuem hervorbringt. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Wenn man aber verstehen will, woher solche Veränderungen zum Beispiel im Denken, Nachdenken über Performance kommen, dann kann man sich eben bestimmten Theoriebeständen zuwenden und die darstellen in ihrem Bezug auf die Verwendung bei Judith Butler. Das heißt, es geht heute nicht darum, in keiner Weise darum, Diskursanalyse, Sprechakt-Theorie und Dekonstruktion allumfassend zu erklären, sondern es geht darum, die Verwendungsweisen, warum Judith Butler, wofür Judith Butler sie braucht, wie sie beim Nachdenken helfen und beim Aufschlüsseln helfen, der Performance-Theorie das vorzuzeigen. Judith Butler selber hat ein, ja, habe ich ein Zitat, in dem sie in ganz, ganz knapper, forcierter Weise mal dieses Lektüre-Lesen darstellt. Der Begriff Performativität, so wie ich ihn verwende, kommt von Austins How to do things with words und ist durch die Lektüre von Derrida's Signature Event Context in Limited Inc. gegangen, sowie durch Paul de Manns Begriff der Metalepsis, wie er in seinen Aufsätzen zu Nietzsche in den Allegorien des Lesens formuliert wird. Ich werde mich im Folgenden auf die Diskursanalyse, die hier gar nicht vorkommt, konzentrieren, weil wir sie brauchen als Grundlegung für das Nachdenken über Subjekte, Subjektkonstitutionen im Kontext von Machtverhältnis und deswegen müssen wir uns kurz drüber unterhalten, was für eine Machtbegriffe hier eigentlich haben. Und so gehe ich zu Foucault, der hier in Butler's Zitat gar nicht vorkommt. Ich werde rausgreifen die Sprechakt-Theorie und die dekonstruktive Kritik daran, also Austin und Derrida. Und wir sehen schon, dass es dabei dann nicht darum gehen kann, antagonistische Modelle miteinander zu vermitteln, also zu sagen, Derrida kritisiert zwar Austin, aber irgendwie sind beide in Judith Butler's Theorie drin, sondern man braucht ein bestimmtes Wissen über die Sprechakt-Theorie ganz grundsätzlich, um Sprache als Handlung zu verstehen, also in seiner Handlungsdimension zu verstehen, um dann zu schauen, was macht Derrida eigentlich mit Austin und welche Elemente baut wiederum Judith Butler aus dieser dekonstruktiven Kritik von Derrida an Austin in ihre Performance-Theorie ein? Die Aspekte, die Butler dann wichtig sind, nämlich die Geschlechterordnung und ihr Funktionieren zu untersuchen, stecken weder direkt bei Foucault drin, noch bei Austin oder Derrida, sondern das ist dann der Kontext, in dem wir sehen, wie Judith Butler die Performance-Theorie in den Gender Studies und den Queer Studies sozusagen etabliert und verortet und wie damit dann in unserem Fall vor allem eben in kulturwissenschaftlichen Kontexten produktiv weitergearbeitet wird. Wir haben uns ja schon darüber verständigt, dass Theorie-Ansätze in interdisziplinären Kontexten gemeinsam rezipiert werden. In dem Fall mit der Performance-Theorie haben wir nicht nur einen interdisziplinär rezipierten Ansatz hier in Deutschland, sondern einen international rezipierten Ansatz. Und dass diese gemeinsam diskutierten Theorie-Modelle aber dann auch wieder disziplinär weiterverwendet werden. Und das ist eben auch ein Unterschied jetzt zu anderen Lesarten. Also es gäbe auch andere plausible Möglichkeiten, Judith Butlers zu zeigen, wie Judith Butlers Performance-Theorie informiert ist von anderen Theorie-Modellen. Hier könnte man natürlich auch feministische Texte auf den Schreibtisch legen, aber mir geht es im Kontext unseres Zugangs jetzt vor allem mal um den Subjektbegriff, den Machtbegriff und erste Ansätze der Dekonstruktion mit Blick auf, was meint eigentlich dekonstruktive Lesarten. Und damit bin ich bei einem ganz kurzen Vorblick darauf, warum wir das, was wir heute tun, brauchen werden. Es geht ganz grundsätzlich darum zu sagen, dass die Vorstellung einer Natur der Differenz kulturell hergestellt ist. Und das bedeutet, dass wir dann als Untersuchungsgegenstände die kulturellen Praxen der Herstellung dieser Idee natürlicher Differenz haben. Das heißt, wir haben eine Interpretation des Natur-Kultur-Verhältnisses. Dieses Natur-Kultur-Verhältnis wird gelesen oder bezogen auf den Körper und die Körperpraktiken. Wir fragen also nicht nur nach sozialer Interaktion, nach Erziehung, Institutionen, wie wir das im Kontext von Doing Gender schon gemacht haben, sondern wir gehen hier viel grundsätzlicher nochmal an die kulturelle Konstruktion von Natur und das eben vor einem sprachtheoretischen Hintergrund. Deswegen brauchen wir Ostien und dann Derrida's Lektüre. Und wir brauchen, und das zeigt sich in der nächsten Formulierung, eine Idee von einer Aussagenlogik. Also was ist überhaupt möglich an Aussagen für Geschlecht und wie wird in dem, was wir sprachlich ausdrücken, sichtbar gemacht? Also welche Subjekte sind überhaupt ansprechbar und sind in Aussagen sichtbar zu machen? Und da werden wir feststellen, dass es Regulierungsverfahren gibt, dass nur bestimmte Formen von Identität einen Ausdruck finden können. Und damit auch adressiert werden können und sichtbar gemacht werden können. Und deswegen haben wir hier sozusagen Aspekte von Inklusion und Exklusion in den diskursiven Aussagelogiken. Das werden wir jetzt gleich uns genauer anschauen. Wichtig ist mir aber im Vorblick auch zu betonen, dass es nicht nur darum geht, bestimmte Regularien, Normvorstellungen analysieren zu können, sondern dass die Theorie von Judas Butler eine Grundlage bietet, auch Möglichkeiten von Veränderungen zu denken. Und die haben eben der Theorie eine politische Dimension, nämlich ein anderes Nachdenken über Gruppenzuordnung, über Bündnisfähigkeit, wenn sozusagen nicht die Natur die Gruppenzuordnung oder die Referenz auf Natur eine Gruppenzuordnung herstellt, sondern wenn wir das sozusagen dekonstruiert haben, durch sind und dann überlegen, wie aufgrund geteilter Interessen flexible Bündnisse entstehen und wer mit wem eigentlich bündnisfähig ist im Bewusstsein von Unterschiedlichkeit. Das ist ein ganz zentraler politischer Kontext. Und um zu verstehen, wie diese politische Dimension aus den Theoriemodellen sich ergibt, muss man eben erst mal in die Theorie gehen. Deswegen ist das hier ein Vorblick. Und jetzt gehen wir in die Theoriekontexte, die wir brauchen, um die Performance-Theorie aufzuschlüsseln. Und da sind wir als erstes bei dem französischen Philosophen Michel Foucault. Wir brauchen die Diskursanalyse für ein Verständnis von Macht und den Begriff des Subjekts. Es geht nämlich um die Bedingungen der Möglichkeit von Aussagen über Geschlecht. Und das heißt, wir brauchen eine Idee vom Subjekt im Kontext einer Formierung des Wissens über Geschlechterordnungen. Das heißt, ich führe jetzt hier die Rede vom Diskurs von einem Punkt her ein, der an bisherige Überlegungen anschließt. Nämlich zur Frage nach Macht und Gewalt, wie wir sie im Zusammenhang mit dem Patriarchatsbegriff kennengelernt haben. Ich hatte Ihnen erklärt, dass es vom Feminismus zu den Gender Studies hin einen Blickwechsel gibt vom Denken des Systems, also eines einsinnig funktionierenden Systems, das in allen gesellschaftlichen Teilbereichen männliche Vorherrschaft absichert, hin zu einem Nachdenken über die Geschlechterordnung als Wissensordnung, die sich in vielfältiger, auch durchaus teilweise widersprüchlicher Weise im Sozialen konstruiert und über Individuen, Institutionen in der sozialen und symbolischen Ordnung tradiert wird. Wenn wir uns jetzt den Machtbegriff anschauen, dann sind wir in einem Bereich, dem man werkbiografisch sozusagen dem Frühwerk von Foucault zuordnet. Ich sage jetzt mal den frühen Foucault, es gibt auch einen älteren, aber der ist jetzt hier nicht relevant. Für den frühen Foucault ist die Differenz zwischen Macht und Gewalt letztlich marginal, da es für ihn immer um das konkrete Funktionieren und seine Gewirkungen geht. Für Foucault ist Macht die zentrale Form der Vergesellschaftung. Es ist also keine Gesellschaft ohne Machtverhältnisse denkbar. Wenn man das so formuliert, klingt das irgendwie resignativ, so ist es aber nicht gemeint, denn Foucault denkt Macht eben nicht nur als unterdrückend, also als repressiv, sondern umgekehrt als produktiv. Und produktiv meint erzeugend, herstellend und auch ermächtigend. Das heißt, Subjekte werden dadurch erst produziert und das meint natürlich dann aber nicht positiv, also produktiv nicht mit positiv verwechselnd, sondern produktiv im Sinne von herstellend erzeugend. Zitat. Wenn die Macht nur repressiv wäre, wenn sie niemals etwas anderes tun würde als Nein sagen, ja glauben sie dann wirklich, dass man ihr gehorchen würde? Der Grund dafür, dass die Macht herrscht, dass man sie akzeptiert, liegt ganz einfach darin, dass sie nicht nur als Nein sagende Gewalt auf uns lastet, sondern in Wirklichkeit die Körper durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Diskurse produziert. Man muss ja als ein produktives Netz auffassen, das den ganzen sozialen Körper überzieht und nicht so sehr als negative Instanz, deren Funktion in der Unterdrückung besteht. Foucault verwendet hier Macht und Herrschaft im Grunde synonym. Wichtig ist, dass Machtverhältnisse grundsätzlich als instabil und umkämpft gedacht werden. Es geht also nicht darum, die Macht zu beschreiben, sondern zu verstehen, dass ein Ausdruck wie die Macht tatsächlich selber ein Versuch ist, Macht zu stabilisieren und so zu tun, als gäbe es dieses eine zentrale Machtzentrum, das die Individuen unterwirft. Dem stellt Foucault einen Machtbegriff gegenüber, der sagt, Macht ist auf allen Ebenen der Gesellschaft vorhanden. Also das ist Foucaults Grundidee, Macht geht nicht von einem Zentrum aus. Die Macht kommt von unten, das heißt, sie beruht nicht auf der allgemeinen Matrix einer globalen Zweiteilung, die Beherrscher und beherrschte einander entgegensetzt und von oben nach unten auf immer beschränktere Gruppen und bis in die letzten Tiefen des Gesellschaftskörpers ausstrahlt. Man muss eher davon ausgehen, dass die vielfältigen Kräfteverhältnisse, die sich in den Produktionsapparaten, in den Familien, in den einzelnen Gruppen und Institutionen ausbilden und auswirken, als Basis für weitreichende und im gesamten Gesellschaftskörper durchlaufende Spannungen dienen. Das wichtigste Stichwort, das Sie hier mitnehmen sollten, ist vielfältige Kräfteverhältnisse. Wenn man mit Foucault Machtverhältnisse als vielfältig und dynamisch denkt, kann man einerseits erklären, dass sich hegemoniale Machtverhältnisse ausbilden, also stabilisieren, aber dass es eben auch immer die Möglichkeit von Veränderung gibt. Das heißt, Kräfteverhältnisse können sich zu einem bestimmten Machttypus bündeln und dann für eine Gesellschaft hegemonial werden. Die sind dann auch durchaus von Strategien und Intentionen einzelner AkteurInnen bestimmt. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass sie nicht auf intentionale Akte einzelner Subjekte oder Gruppen zurückzuführen sind. Umgekehrt sind Kämpfe innerhalb dieser Machtfelder zugleich Ansatzpunkte für Verschiebungen und Veränderungen. In diesem Zusammenhang eines produktiven Machtbegriffs gehört, dass es sich nicht nur auf verschiedene gesellschaftliche Ebenen erstreckt, sondern dass damit vor allem neue Untersuchungsgegenstände in den Blick kommen, also Körperpraktiken. Denn damit kommen wir jetzt zur Frage, wie ist eigentlich die Position des Subjekts zu denken. Das Subjekt ist zu denken als Kreuzungspunkt solcher vielfältiger Kräfteverhältnisse. Die Macht muss als etwas analysiert werden, das zirkuliert oder vielmehr als etwas, das nur in einer Art Kette funktioniert. Sie ist niemals hier oder dort lokalisiert, niemals in den Händen einiger weniger, sie wird niemals wie ein Gut oder wie ein Reichtum angeeignet. Die Macht funktioniert und wird ausgeübt über eine netzförmige Organisation. Und die Individuen zirkulieren nicht nur in ihren Maschen, sondern sind auch stets in einer Position, in der sie diese Macht zugleich erfahren und ausüben. Sie sind niemals die unbewegliche und bewusste Zielscheibe dieser Macht, sie sind stets ihre Verbindungselemente. Mit anderen Worten, die Macht wird nicht auf die Individuen angewandt, sie geht durch sie hindurch. Diese Machtkonzeption wurde als Sammelbegriff kritisiert, zum Beispiel von Nancy Fraser, weil die Begriffe der Autorität, Zwang, Gewalt, Herrschaft, Legitimation miteinander vermengt werden und dadurch also natürlich Unterschiede auch eingeebnet werden. Unterschiede, die im Kontext bestimmter Analysen von Machtverhältnissen und vor allem Gewaltpraktiken ganz zentral sind, also dass man sie unterscheidet. Deswegen ist diese Kritik nicht unberechtigt, je nachdem, in welchem Kontext man arbeitet. Für unseren Zusammenhang hat dieser Machtbegriff aber wirklich Vorteile, denn er fragt eben nicht nur nach den Machtbeziehungen zwischen konkreten Personen oder nach der Autorität bestimmter Gruppen, sondern deutlich basaler nach sozialen Praktiken als produktiven Machtmechanismen. Damit sozusagen bekommt er die Rolle für soziale Praktiken für die Subjektkonstitution in den Blick und damit auch für die Selbstwahrnehmung von Individuen und kann eben feststellen, dass soziale Praktiken sich innerhalb verschiedener Machtspiele herausbilden. Also als ein Punkt, an dem wir sozusagen, wo man sagen kann, dass es im Grunde eine sehr geglückte Verbindung auch gibt zwischen bestimmten Denkelementen der Veränderung, der umkämpften Machtverhältnisse in Fokus Diskursanalyse mit dem, der dekonstruktiven Kritik an der Sprechakttheorie, wie wir sehen werden, weil das dann nämlich auch um die Frage nach der Nichtabschließbarkeit, in dem Fall dann von Sinnkonstitution geht, die aber wirklich sich sehr gut sozusagen fügt zu diesem Machtbegriff von Foucault. Mit dem Foucault'schen Machtkonzept lassen sich verschiedene gesellschaftliche Machttypen, Verhältnisse und Beziehungskonstellationen also beschreiben, sowohl als produktiv als auch als gewaltsam. Foucault selbst führt das vor allem in seinen Untersuchungen zu den sich historisch ausbildenden Disziplinierungsformen vor. Also da geht es zum Beispiel um die Abschaffung der Leibstrafen, die Internalisierung von Strafen und so weiter. Judith Butler's Interesse gilt in diesem Foucault'schen Sinne produktiven Effekten von Machtverhältnissen. Wenn Butler über die hegemoniale Geschlechterordnung nachdenkt, dann nicht von Individuen aus, die bloße Opfer negativer Einwirkung gesellschaftlicher Gewalt sind. Es geht darum, wie sich eine Subjektkonstitution im Schnittpunkt von Regulierungen von Geschlecht vollzieht. Also wie Individuen als Geschlechtliche konstituiert werden, wie überhaupt über sie gesprochen werden kann. Das meint eben dieses diskursive Aussagesystem über Geschlecht. Diskurs ist also zu verstehen als ein Aussagesystem, das darüber bestimmt, was sagbar und was unsagbar ist. Das ist in keiner Weise begrenzt auf den Zusammenhang, in dem wir uns bewegen, dann mit der Subjektkonstitution, sondern es trifft genauso auf Institutionen zu. Also die Frage nach der, wie in einem bestimmten Raum Wissensproduktion organisiert wird, auch wissenschaftliche Ideen entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Raum, der auch von Machtspielen bestimmt ist und damit bestimmten Aussagelogiken unterworfen ist. Diese Sichtweise betont also zum einen, dass Machtspiele unhintergehbar sind und dass es aber auch gewaltförmige Disziplinierungen gibt und dass es Veränderungen geben kann. Also dass wir, wenn wir historische Herausforderungen uns ansehen, von bestimmten Machtverhältnissen wir auch im Blick haben, dass sie zum Teil eben kontingent sind und dass es dann eine Möglichkeit zur Veränderung gibt. Wir haben also jetzt das Subjekt gedacht als Schnittpunkt von Machtbeziehungen und wir haben den Diskurs als ein historisch hier spezifisches Aussagesystem eingeführt. Damit gehen wir jetzt zur Sprechakttheorie und zur Kritik der Sprechakttheorie. Wozu braucht Butler für das Nachdenken über die Geschlechterordnung einen Sprechakttheoretischen Ausgangspunkt? Ich könnte damit anfangen zu sagen, alle LinguistInnen mögen mir jetzt Vereinfachungen verzeihen. Ich muss das im Grunde nicht, weil ich am Anfang gesagt habe, ich stelle diese Theorien nur in dem Sinne vor, wie wir sie für das Verständnis von Butlers Performance Theorie brauchen. Wenn ich das aber sage, ich bitte um Verzeihung, dann sind wir genau in diesem Kontext der Sprechakttheorie, nämlich um bei einer Handlungsdimension von Sprache. Aus den Sprechakttheorie unterscheidet zunächst einmal zwischen konstativen und performativen Äußerungen. Konstative Äußerungen lassen sich nach wahr-falsch beurteilen. Also wenn ich sage, er läuft, ist das eine Aussage, die entweder wahr ist, weil ich mich auf jemanden beziehe, der läuft, oder eben unwahr ist. Für uns sind die performativen Äußerungen aber von Interesse und die sagen, das ist zum Beispiel, wenn ich sage eben, ich entschuldige mich, dann ist das nicht nach wahr-falsch zu unterscheiden, sondern ich drücke hier eine Absicht aus. Ich möchte was Bestimmtes erreichen und das heißt, ich ziele auf eine bestimmte Folge, die das haben soll. Also ich möchte, dass mein Gegenüber meine Entschuldigung akzeptiert. Das ist meine Intention und wenn mein Gegenüber das tut, wenn das also die tatsächliche Folge ist, die ich intendiert habe, dann ist der Sprechakt geglückt. Performative Äußerungen haben also eine Reihe von Gelingensbedingungen. Und zu diesen Gelingensbedingungen gehört beispielsweise, dass mein Gegenüber mir eben glaubt, dass ich es ernst meine mit meiner Entschuldigung. Das heißt, bei performativen Äußerungen muss man nach den Umständen fragen, unter denen ein Sprechakt glückt oder zustande kommt. Das heißt, es geht um eine Redesituation. Wir nehmen jetzt aus diesem Kontext die Grundidee mit dem Sprechen, kommt eine Handlungsdimension zu. Und damit ist nicht gemeint, Worte werden in die Tat umgesetzt, sondern Worte sind selber gewissermaßen eine Tat. Nun genügen Worte aber selten allein, um eine Handlung zu vollziehen. Wir haben das schon sozusagen Redesituationen, Stichwort Kontext, schon ganz kurz genannt. Es geht aber noch um mehr. Die berühmtesten Beispiele sind etwa Hochzeit oder Schiffstaufe. Ja, hiermit erkläre ich sie als konventionelle Formulierungen. Worte als Teil eines Ereignisses oder Rituals. Das gilt auch für Sätze wie, ich schenke dir dieses Buch. Dieser Sprechakt kann auch nur gelingen, wenn ich tatsächlich ein Buch übergebe oder in anderen Kontexten einen Gegenstand oder eine Urkunde, wenn ich sage, ich schenke etwas, dass zum Beispiel eine Urkunde, auf der eine Schenkung eingetragen ist. Bei einer Schiffstaufe muss es ein Schiff geben und so weiter. Es muss eine Handlung vollzogen werden. Die Absicht muss stimmen, zum Beispiel die Absicht, dass man das Versprechen, das man ausspricht, auch halten will. Und wenn man sich all das vergegenwärtigt, was da alles für Bedingungen erfüllt sein müssen, ist auch klar, dass die Probleme dieser Gelingensbedingungen auf der Hand liegen oder dass sozusagen Probleme sichtbar werden. Es müssen nämlich immer Personen und Umstände passen, also eine bestimmte Autorität. Ich kann ein Schiff nur taufen, wenn ich die Autorität sozusagen in diesem Moment dafür habe oder eine Hochzeit vollziehen kann man nur, wenn man die Autorität dazu hat, das tatsächlich zu tun. Personen und Umstände. Es muss klar sein, was konventionelle Vorgehensweisen und Verfahren sind. Das heißt deswegen der Begriff des Rituals vorhin oder auch eben Konventionen. Bestimmte Worte müssen geäußert werden. Man kann nicht improvisieren. Verfahren müssen vollständig und korrekt ausgeführt werden. Das heißt, es muss ein geteiltes Wissen darüber geben, was die Konventionen sind, wie die Abläufe sind, wann welche Worte in welchem Bezug zu welchen Handlungen oder Übergaben von Gegenständen, was auch immer, stehen. Die Teilnehmer müssen im Grunde die passenden Absichten und Gefühle haben und sich entsprechend verhalten. Es ist also eine Menge Konventionen im Spiel. Wenn ich jetzt vom Charakter des Performativen in diesem Kontext spreche, dann heißt das einen Satz. Äußern bedeutet das tun, was gesagt wurde. Also hiermit taufe ich das Schiff auf den Namen. Aber abhängig ist das Gelingen dieser Äußerungen eben vom Kontext. Das heißt auch, das Publikum muss die Autorität des Sprechenden anerkennen. Sie müssen mit den Konventionen vertraut sein. Sie müssen das erwartbare Ergebnis dann auch akzeptieren. Und diese Kontextbedingungen, die sind ganz zentral für die Auseinandersetzung mit den Geschlechterordnungen in der Performance-Theorie, nämlich die Handlungsdimension, die eben sozusagen im Austins-Kontext vom Sprecher ausgeht. Und wir werden jetzt gleich in der dekonstruktiven Sicht sehen, dass sich das verschiebt und eben vom Sprecher als organisierendem Zentrum ablöst. Aber der, sozusagen die Grundidee, es gibt eine Handlungsdimension, es gibt einen Kontext und es gibt Gelingensbedingungen über ein geteiltes Wissen über bestimmte Verfahren, also Regularien. Das ist der, sozusagen der Ausgangspunkt für auch das Nachdenken über die Geschlechterordnung. Und damit kommen wir zum dekonstruktiven Kritik, die der französische Philosoph Jacques Derrida am Begriff des Kontextes von Austins Sprechakttheorie hat. In seinem Aufsatz Signature Event Context greift er die Sprechakttheorie eben aus einer dekonstruktiven Sichtweise an und das bedeutet, er fragt kritisch, wie sich eigentlich Sinn konstituiert. Also wie funktionieren Sinnbildungsprozesse? In der Dekonstruktion gibt es keine abgeschlossene und feststehende Sinnbildung, weil die Bedeutung der Zeichen selbst niemals fixiert werden kann. Es gibt keinen Punkt, an dem man sagen kann, jetzt ist es zu einem Ende gekommen, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. In der Dekonstruktion geht es darum aufzuzeigen, dass der Versuch, einen Text auf bestimmte Aussageabsichten festzulegen, andere Bedeutungsdimensionen notwendig ausschließt und dass dieses Ausgeschlossene aber interessant ist. Also die Dekonstruktion will vor allem sozusagen das, was ausgeschlossen ist, wieder sichtbar machen und arbeitet deswegen auch mit Lektürepraktiken, die fragen, ob das, was ausgeschlossen ist, nicht eigentlich in irgendeiner Weise weiterarbeitet in einem Text, in dem dieser Ausschluss sozusagen fabriziert wird, hervorgebracht wird und ob es also sowas wie Widerständigkeit gibt, die man sichtbar machen kann, indem man Texten nicht nur darin folgt, welche Bedeutungen sie offensichtlich herstellen wollen, sondern auch gegen den Strich liest, zum Beispiel auch fragt, was eben hinter dem Rücken des Autors gegen dessen Intentionen oder vermutete Intentionen sich in einen Text eingeschrieben hat. Zu den Voraussetzungen eines solchen Ansatzes gehört der Gedanke, dass Zeichen wiederholbar sind. Das ist jetzt banal, aber muss in diesem Kontext einmal so gesagt werden und dass dieses Moment der Wiederholbarkeit die Zeichen eben ablösbar macht von ihrem konkreten einzelnen Produzenten und zugleich auch vom Kontext ihrer Entstehung. Daraus folgt, dass der Sprecherintention in diesem Rahmen deutlich weniger Bedeutung beigemessen wird als noch in der Sprechakttheorie. Wie gesagt, in der Sprechakttheorie ist der Sprecher das organisierende Zentrum einer Aussage. Er hat zwar auch nicht alle Gelingensbedingungen im Griff, wie gesagt, das Publikum muss zum Beispiel eben seine Autorität akzeptieren, es muss die Konventionen auch kennen, also es hängt nicht alles nur vom Sprecher ab, aber erst mal wird der Sprecher gedacht als organisierendes Zentrum einer Aussage und seine Glaubwürdigkeit ist auch von ganz zentraler Bedeutung für das Gelingen des Sprechaktes. Derrida interessiert sich aber genau dafür überhaupt nicht, also er fragt überhaupt nicht, ob einzelner Sprechakt gelingt, sondern ihn interessiert, auf welchen Bedingungen ein Sprechakt basiert. Für unseren Kontext ist zentral die Überlegung der folgenden Frage, wäre eine performative Äußerung möglich, wenn kein Zitat als Dubel die reine Einmaligkeit des Ereignisses spaltete, von sich selbst trennte? Die behauptete Einmaligkeit basiert nämlich auf Wiederholbarkeit, ist Derridas Grundgedanke und zwar sogar dann, wenn es sich nach Austin um einen falschen Gebrauch handeln würde. Ostens Sprechakttheorie versucht, zwischen Bedingungen der Möglichkeit, wenn sie bestimmt, welche Bedingungen der Möglichkeit des Gelingens von Sprechakten es gibt, sozusagen zu unterscheiden zwischen eigentlichen Sprechakten und dann Nachahmungen performativer Akte. Also er sagt zum Beispiel, wenn eine Schiffstaufe auf der Bühne aufgeführt wird, dann ist das ein parasitärer Gebrauch, weil es eben nicht im Realen stattfindet. Und das sind sozusagen alles performative Update, die er ausschließt aus seiner Theorie. Und Derridas widerspricht genau hier. Für ihn geht es alleine jenseits dieses Kontextes um die Frage nach der Möglichkeit in der Wiederholung, die natürlich zum Beispiel auf der Bühne genauso gegeben ist. Und er fragt danach, wie diese Wiederholung ist Grundlage eines Gelingens eines Sprechaktes, der dann als eigener Sprechakt wieder sozusagen einmalig erscheint. Und dabei ist es unerheblich, ob der Gebrauch normal oder vorgespiegelt ist. Derridas fragt, könnte eine performative Äußerung gelingen, wenn Ihre Formulierung nicht eine kodierte oder iterierbare Äußerung wiederholte? Mit anderen Worten, wenn die Formel, die ich ausspreche, um eine Sitzung zu eröffnen, nicht als einem iterierbaren Muster konform, wenn sie also nicht in gewisser Weise als Zitat identifizierbar wäre. Und mit dieser Wendung erreicht er, dass Einmaligkeit und Zitatförmigkeit keine Gegensätze darstellen. Es geht also deswegen auch nicht um Original und Wiederholung, sondern es geht darum, dass die Zitatförmigkeit selber einen bestimmten Eindruck sozusagen der Einmaligkeit hervorruft, aber dass die Zitatförmigkeit die Basis ist für jeden eben einmaligen Sprechakt. Im Butler's Performancebegriff kommen nun diese Stränge zusammen. Mit dem Terminus Performativität sind auch hier Sprechhandlungen gemeint, die dasjenige produzieren, worauf sie mit einer Benennung als Objekt nur zu referieren scheinen. Also wir nehmen mit, performativ bedeutet ein Wirklichkeit konstituierendes Moment von Sprachhandlungen und das wird eben auf Körper angewandt. Zitat. Eine performative Handlung ist eine solche, die das, was sie benennt, hervorruft oder in Szene setzt und so die konstitutive oder produktive Macht der Rede unterstreicht. Das heißt, im Nachdenken über den Körper haben wir einen neuen Blick auf Materie. Wir haben nicht Körper, die irgendwie Natur sind und dann schreibt sich in irgendeiner Weise Kultur nachträglich ein, sondern es geht darum, sich vorzustellen, dass es Normen und Regulierungspraktiken gibt, die vergeschlechtlichte Körperlichkeit eben als Teil unseres Subjektseins hervorbringen. Die Art und Weise, wie wir Subjekte sind, wird hergestellt durch den Bezug auf Normen und Regulierungspraktiken, die eben binäre Ordnung als einzig mögliche Ordnung dominant setzen und so weiter. Das werden wir dann im nächsten Teil, im Video zu Judith Butler's Performance Theorie, werde ich das dann erklären. Und das bedeutet aber auch, schon von hier aus jetzt den Grundgedanken mitzunehmen, dass wir eben eine performative Herstellung von Geschlechtsidentität haben, die die Vorstellung davon, was das Naturhafte an der Geschlechtlichkeit ist, selbst hervorbringt. Und damit freue ich mich, wenn Sie sich das nächste Video gleich im Anschluss ansehen, indem ich dann eben die Performance Theorie von Judith Butler im Einzelnen konkret auch an Zitaten Ihnen vorstelle. Ich hoffe, dass das ein guter Einblick war in Grundlegungen und in grundlegende Denkmodelle, die wichtig sind, wenn wir Theorie lesen. Deswegen aber zum Abschluss nochmal die Erinnerung, da damit ist, sind nicht alle Grundlegungen erfasst. Man könnte ganz viele andere Texte sich noch auf den Schreibtisch legen. Ich habe was herausgegriffen, das hoffentlich ein sozusagen instruktiv ist, um jetzt dann informiert über die Performance Theorie von Judith Butler zu sprechen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.